Karl, der Transformer-Truck Hallo, Amber. Wie geht's dir heute? Oh, Amber. Alles in Ordnung? Oh, du warst auf dem Weg, um Tom zu besuchen. Ist er krank? Wir brauchen jemanden, der dich ersetzen kann. Beweg dich nicht. Ich rufe Karl den Transformer-Truck. Er wird helfen können. Karl, Amber, der Krankenwagen, ist verletzt. Und sie ist der einzige Doktor in der Stadt. Und Tom ist krank heute. Du bist der einzige, der helfen kann. Und dann geht's. 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 Untertitelung. BR 2018 Wow, Carl! Okay, Beeilung! Amber ist gleich da vorne. Schau, Carl! Hier ist Amber. Amber, alles wird gut. Carl ist hier. Amber, Carl wird sich jetzt um Tom kümmern. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Da sind wir auch schon, Carl. Hallo, Tom. Amber hat einen Unfall, deswegen kommt Carl an ihrer Stelle. Was ist los mit dir, Tom? Oh, du hast Fieber. Tom, sag A. Okay. Kannst du bitte husten, Tom? Mhm. Also, Tom, du hast zu viel gearbeitet die letzten Tage. Keine Sorge, du brauchst einfach nur ein bisschen Ruhe. In ein paar Tagen geht es dir wieder gut. Also, Carl, du warst wirklich eine großartige Hilfe. Dankeschön. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Carl. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Supertruck! Das Haus hat nicht mal eine Delle, Dane. Willst du es nochmal probieren? Ach, du armer Dane. Das nützt nichts. Das Gebäude ist einfach zu groß. Du hast recht, Ethan. Das ist eine Aufgabe für Supertruck. Dane muss ein Gebäude abreißen, Carl. Aber er ist einfach zu klein. Kannst du ihm helfen? Oh. 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 Oh,educ. Oh, mentorischen Baumann. Oh, cool. Oh,وفary. In was wirst du dich verwandeln, Karl? Wow, das ist mal ein Spiel. Eine riesige Abrissbirnes-Supertruck. Dann wollen wir das Gebäude mal umhauen. Jetzt siehst du, warum Dane Hilfe braucht, Supertruck. Alle ein Stück zurück, bitte. Wow! 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 So, das ist einfach ein, wie Bock ich da habe Okay. Wow! Yeah. Na, das ging doch super. Seht ihr, jeder ist gut in irgendetwas. Wir erledigen die Aufgabe, wenn wir zusammenarbeiten. Das war ein erfolgreicher Tag. Vielen Dank, Super Truck. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.